Hallo Freunde, das ist der PlayerUntertitel. Willkommen zu Seven Days. Ja, von Hauptmenü aus kann man das Spiel leider überhaupt nicht aufnehmen, deswegen muss ich das ja so machen. Dass wir halt direkt ins Spiel hineingehen. Sprache ist auf Deutsch, alles gut. Und da sind viele andere Bücher. Ja, ich bin nicht müde, ich bin gerade so gespannt. Seven Days. Bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe schon... Was? Hat doch jetzt nichts. Was hast du denn, der liebte Kollege? So, verschließt. Der ist halt auch klammend. Und fährt der. Kein Gabel, äh, kein Gabelanschluss, äh. Kann der nicht ausschalten. Geil. Grusel! Grusel! Ich mag Gruselig. Ich habe nicht gehört, Kameras. Du kleine Oden. Sam! Heißt ich Sam? Und heißt ich nicht Sam? Alter, weil sie denn jetzt halt bei mir in der WG ist los. So blauer. So blauer. Jesus Christus Abendmahl, ey. Gastin! Was ist denn der? Ein klein, äh, 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 äh. Geben wir mal der Passwort ein. Ich habe nämlich, äh, gelesen Sam. Vielleicht ist es ja der Passwort. Ha! Drücke sie her, um ihr Inventor zu öffnen. Ich habe einen Bibliothek-Schlüssel gefunden. Hohohoho. Gut. Der der Tür klappt! Aber an mir klappt auch etwas, aber wunders. Ähm, äh, diese, diese Tür klappt. Verschließet. Äh, da sind vielleicht Bücher. QUAH! GRUSEL! 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 Da sind vielleicht, äh, Bücher! Da sind vielleicht, äh, Bücher! Ich habe einen schwarzen Schlüssel in diesem Bücherregal gefunden. Schwerze Arschlöse! Slendy! Slendy Popendy! Er scheint sich von der anderen Seite zu blockieren. Eine Notis auf der Rückseite steht Sam. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Geh einfach mal deine Scheiße auskutzen. Geil. Oh, mach einfach die Tür zu mir zu, die so. Diese Tür klampt. Hat er nicht gewaltes Bett, oder? Ich bin nicht müde, ich bin gerade so aufgestanden. Die Schublade ist verschlossen, aha. Dieses Buch sieht Sam aus, das schau ich mir näher an. Das Buch heißt Sacrify and Murder Sam. Und diese Seite steht der Name Sam. Vielleicht versucht er mir etwas dazu sagen. Kleine Unterschlüsse. Die größte Illusion ist die Existenz an Einziehbarheit. Das Buch ist schlöse. Das Buch ist schlöse. Das Buch ist schlöse. Kannst du das mal bitte sein lassen? Ruinierte Schüsse. Ein Schüsse, der RUINIERT ist. Schamste? Nix. Da geh' ich jetzt nicht so lang. Ah! Grusel, 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 Grusel! Ich steh' nicht auf Grusel! Mein Spiel ist trotzdem. Boah, ha, ha, ha! Boah, ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Geil! Blut. Geh' aber mal hier noch. Mö. Mach' hier jetzt ein auf SCP, alter! Bist du nicht ein auf SCP, jetzt? Och, nö. Okay, dann geh' ich halt wieder zurück. Ups. Hu, 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 hu. Geht einfach eure Eingeweide aus, kotzenerle. Geil. Hat die Seite noch nicht gekommen. Ähm. Entschuldigung, dass ich meinen Satz von Luni gebracht habe, aber das muss da sein. Sette. Bleib auf dem Weg, schau' nicht zurück. Oh, ist das so, wenn ich das doch mache? Wau, hu. T. 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 Es nicht, äh, zuzruhschauen dürfen. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Nein, 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 nein! Verschließt? Gut. Boah, Alter. Schlüssel. Verschließt. Ja, nur noch 4 Töne übrig. Ah, die. Gut. Verschließt. Und das sind vielleicht die Bücher? So wieder werden sie ja in dem Bahar geschissen. Machen wir's los. Was ist los? Boah, doch nix hier jetzt. Alter, macht ihr den Sound? Und? Diese Tür klemmt. Oh, genau. Au. Warte, ich hier jetzt voll einen auf. D- 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 Jetzt wird das auf einmal im Senat herangesucht. D- Die sich... Verschließt. Okay, da ist nix. Zumindest seh ich da im Moment nix. D- Da sind vielleicht... D- 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 Ich geh raus. Verschließt. Hallo? Hör auf, dich selbst anzunehmen. Du musst entscheiden, wo du nehmen willst. Mama? Und was machst du mit mich? Jürgen. Hör auf, dich selbst anzunehmen. Du musst entscheiden, wo du nehmen willst. Und seine... Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ach, schuld. Wann ist denn die Zeit denn gekommen? Wenn ich jetzt... Wann dann... Wenn ich hier... Sag mir wo und wann... Diese Tür klemmt? Was? Diese Tür klemmt! Reib! Diese Tür klemmt! Diese Tür klemmt! Was? Hier war noch irgendwas. Schlüssel! Aufheben! Die sind hier geklappt! Nein, 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 nein! Lass mich! Verschließt schnell! Geh rein! Tür zu! Gut. Geil. Geile Scheiße. Aber... Du bist genau! Wie? Wann? Wie? Ja, 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 ja! Ja, ich seh nix. Du hast es gefunden. Ja, was hab ich gefunden? Das ist mein Zimmer. Sams Zimmer. Aha. Pass auf, es gibt keine Begrenzung. Nur die Wände, nur die Wände. Die werden Alpen schaffen. Reagiere. Öffne deine Augen. Wofür? Wofür? Wieso? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Äh... Warum? Ist das so? Muss das sein? Äh... Verschließt. Verschließt. Okay, verschlossen. Die Zettel. Du kannst doch nicht weitermachen. Hast du immer noch nicht verstanden, wieso du hier bist? Was? 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 Willst du nicht. Was? Willst du nicht für den Schuss? Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Tür-Krems. Sam! Schraubendreher! Wofür brauche ich bitte schon einen Schraubendreher? Mysterious, Mysterious, Mysteri... ...lös. So, dann wollen wir mal sehen. Aha, gut. So, dann gucken wir mal, was will ich hier draus machen. Gut. Geil. Geil doch kacken! Okay. Das war wohl der Fallschirrisch, Alter. Okay. Ist ja gut, ist ja gut, Kollege. Die-die-die-die-beschwindelig, nicht wahr? Ähm... Noch nicht, aber wenn du so weiter machst, dann mit Sicherheit. Verschieff... Oh, Alter! Eine Schlüssel! Eine Schlüssel! Wahrscheinlich versuchte Jürgen mich da wieder zu erschrecken, der Grenoden. Geht doch mal eure Eingeweide aus, kurz! Was, 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 was? Und... Gekacken! Versuch gern nicht, was jetzt los ist! Such mal deine Augen zu öffnen, du! Die Zeit ist noch nicht gekommen! Jetzt dreht der komplett ab, oder was? Der Jürgen! Der Jürgen! Pfff! Meine Fresse, Alter! Geht, geflecht, Kacken! Geht, geflecht, Kacken! Geht, geflecht, Kacken! Jetzt geht doch alle eure Eingeweide aus, kurz, ne! Entschuldigung, ähh... Nun, ihr, den Spruch verwendet, aber... What? Was? Was bist du denn? Find ich nicht ein kleiner Kerl. W-What? Eben du mir jetzt einer auf die Fresse oder solle? Ich schwöre dir. Ist ja gut. Bitte folge mir doch nicht zu klein... ...deck. Was? Oh ja, ist ja gut. Und die Schlüsse. Gut. Interessiert mich gerade wenig, wenn die Skype-Runde ist. Warum können sie alle, damit ich das Play mache? Genau. Verschließ. Schrauben drehen. Und dann noch einer. Wollt ihr's im Maul fangen? Und... Ich brauche einen Schraubdreh, um diese... Äh. Ach hei. Auf welcher Seite... ...de... ... der... ... der... ... der Gefängnis... Du kannst ja nicht wissen. Angst erzweit den Käfig. Äh. Ja. Schön. Woah. Gut. Sehr. Sehr schön. Danke für dieses tolles Let's Play! Was? Kein... ...gruse Geräusches. So. Ja, kommt doch alle her. Ich habe keine Angst vor denen, denen du helfen wolltest. Ich habe das Gefühl, du hast verloren zu haben. Dann gehen wir doch mal der Verlorene suchen. So. 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 Ich habe... Was ist das denn? NERV! So, dann beschleunen wir ja den ganzen Morgen mich immer. Lalalalalalalala... Lalalalalala... Dieser Schuss in den Flammen ist vollgetrocknet am Blut. Wahrscheinlich muss ich jetzt den Blut in den Flüssen da reinstecken. Ich kriege einen Mob. Gehen wir mal hier lang. Ich brauche einen Schraubendreher und diese... Gehen wir mal hier lang. Los! Hier ist nichts. Dann wieder zurück, das Ganze. Gehen wir erst mal den anderen Weg. So. Anversicherte spielen die nicht schlecht. Tolle Schockmomente? Ja. Hat doch was. Grusel! Häh! Ob er denn diese Schumps kehrt? Sehr schön gemacht. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Äh, die Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, wann kommt denn meine Zeit? Was? Ich bin nicht mit ihm gegangen. Du siehst verwirrt aus! Sag dir deinen Namen! Mehr erzähl ihm nichts! Perfekt von dem, was dich hier zurückhält. Folge der Dunkelheit. Ähm, 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 nein. Nein! Mein Kantet nicht. Gut. Ähm, uah! Ähm, uah! Was? Aaaaaaah! Hu 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 ha ho. Meine Güte bin ich froh und ich bin im Malwim froh. Und... Buah. SCP lässt grüssen ... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Huh hu! Oh? Ist das nicht mehr da oder was? Lägt sie mich durch. Keinen Grund nicht erkennen. Erstmal die Läsong machen. Gehen wir hier rein. Ach so, geht nicht. Warum geht das nicht? Ach so, geht nicht. Die Sitzung ist irgendwann ein Verschreck, die Wahrheit. Ich habe mir das Licht die Schatten versteckt. Ja, schön. Können wir uns jetzt immer kurz die Eingeweide auskutzen? So, weiter. Das Spiel ist gruselig. Gut. Ja, 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 ist ja gut. So, was haben wir denn? Wo war denn noch? Ne, dann war das Wunder. Irgendwo war da nur ne Tür, die nicht geöff... Schnauzerbrunnen. So, äh, irgendwo war da nur ne Tür, die sich nicht öffnen ließes. Warum auch immer. Geil. Ne Schaupel, aber was muss man mit der Schaupel machen? Graben. Äh, müssen wir jetzt an die Toten ausgraben, oder was? Geil. Leer. Leer. Dann graben wir bei meinem die Toten aus. Puhahahaha. So in Ruhe. Interessiert du eh keinen. Geil. Diese wunderschöne... Geht doch mal gefließt eure Eingeweide. Na ja gut, lassen wir machen. Halt die Fresse! Geil. So. Diese Tür klemmt. Hm? Ja, aber mir klemmt auch ein Fuss. Äh, wenn ich nur ein bisschen was mache. Leer. 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 Scheint, das wäre da nix. Och mon. Leer. 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 Boom. Na, mit so ein bisschen an, ähm... ...de Sashville, äh... ...de Sashville, äh... ...de Sashville, öh... ...de Sashville, öh... Linksabweg... Ach, ne nicht linksabweg... ...ich, äh... ...uh... ...schreiben. ...oder so Gräberverständnung. Das häe. Scheint, das wäre da nix. Scheint, das wäre da nix? Leer. Aitta... GAABIEN! Blut. So, ähm... Habe ich irgendwelche Gräber noch im Baden? Ey, diese drei. Leer, leer, leer. Gut. Nächste Gräber suchen und glauben. Ja, Brunnen. Ich weiß, du liebst mich auch. Ah, nein. Ah, hier sind noch jede Menge geläbeste Nusskläbe. Vielleicht finden wir ja auch ein Satz-Ein-Schuss. Was für eine seltsame Münze. Die ist aus der Ferie, die ich hier bereits seit Jahrhundert. Warte mal, wir haben eine Münze. Und was hier will ich die Münze da jetzt reinschmeißen? Seltsame, erscheint die Gründe noch nicht erreicht zu haben. Was? Geil. Geil. Schön. Ich bin nicht müde. Bin gerade erst aufgestanden. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe der Brunnen aufgehört zuschreiten. Ich bin schon immer gut, dass ich aufgehörtzuschreiten. Hör nur zu schweinen. Hör nur zu schweinen. Wollen Sie hier jetzt in der Pg so rum? Oh Mann, ey... Das Spiel ist grau da. Es mag mich anscheinend nicht. Darf ich hier hinten aus dem Meer irren? Wo bin ich denn jetzt da? Im Bett. Ich bin nicht müde, bin gerade so aufgestanden. Da hinten ist eine Tür. Dann rennen wir mal zur Tür hin. Ich bin mitten im Universum gefangen. Geil. Diese Tür klappt. Schön. Dann sind wir da zurück. What? Aaaaaaah! Pfff! Ich will mein Bett treffen! Huiiii! Einen Schlüssel! Na, ich muss doch noch aus welcher Wunder, ehrlich. Ich habe jetzt einen weißen Schlüssel. Diese Tür klemmt! Ähm, ja. Ach du Scheiße! Weg hier! Und wer schließt. Ja, super. Endlos, oder was? Ja, komm her! Dann kämpfe ich gegen dich jetzt! Schauen wir tief in die Augen, du Muffins. Ich will die Sender, die rauben! Ei! Manche Opfer haben einen schlimmen Traum haben, dass sie sich im Phantidiebeent hinzuzurück, aus denen sie es nicht erwarten können. Pfff! Oh ja! In diesem kartonischen Zustand versucht das Bewusstsein des Opfers häufig eben mit kleinen Details zu wecken. Hm. Zum Beispiel sind seine Situationen, Worte, Geräusche, oder sogar im Videospiel. Hm. Um ihnen klar zu machen, dass sie schlafen. Pfff! Aber es ist dann noch, dass voll viele Tage ein bisschen bereit sind. Bitte, wache auf! Ja, äh, das war's, äh, mit Seven Days. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's sehr gefallen. War ein sehr spannendes Projekt. Äh, was ein sehr spannendes Projekt. Ein sehr spannendes Spiel. Äh, äh, was ein sehr spannendes Projekt. War ein sehr spannendes Spiel. Äh, Chancegärts war gut. Und, äh, vielen Dank an, äh, Nesphal, äh, Tee, äh, Pee, ähm, der die deutsche Übersetzung gemacht hat. Ja. Ja, äh, bis dahin, euer Kiki-Nurz von Reitzei, jetzt den Player mit Sparfaktor und uns rastern.